Fünfzig Jahre Pfarrei St. Johannes, da steht einiges in meinem Buch drinnen. Freiraum hat sich der Jakob damals auch gewünscht gehabt. Schon im Mutterbuch ist es ihm mit dem Zwillingsbrüder zu eng gewesen. Liebe Pfarrei St. Johannes, ich gratuliere euch, nicht nur zum Jubiläum. Ich gratuliere euch für all die Freiräume, die ihr für verschiedenste Menschen in den letzten 50 Jahren zur Verfügung gestellt habt. Zum Beispiel. Hunderte von Kindern und Jugendlichen durften bei euch ausbrechen. Ausbrechen aus dem engen Elternhaus. Für Asylsuchende in den 90er Jahren gab es Raum. Und sogar für Samy Klaus mit seinen vielen Helferinnen und Helfern. All das und noch viel mehr, das finde ich einfach grossartig. Wo sich Menschen begegnet, wo sie Heimat gefunden, da ist schon ein Stück Himmel. Ja, da braucht es ja nicht einmal eine Leiter. Bleibt neugierig, ein wenig frech und jugendlich. Denn eine junggebliebene Pfarrei hat die Zukunft noch vor sich. Ich wünsche euch ganz ein schönes Fest.